Wir sind da, um eine super WM zu machen. Das ist halt unser Job. Da muss man, denke ich mal, professionell sein. Aber nach den Wettkämpfen, wenn das auch schon vorbei ist, dann ist man doch irgendwo Pärchen, sage ich mal. Ich würde nicht sagen, dass es eine Belastungsprobe ist. Wir haben es hingenommen, beide ein bisschen überrascht und können es, glaube ich, nicht ganz so nachvollziehen, warum das so ein mediales Interesse ist, weil wir auch nur zwei normale Menschen sind. Aber belastend war es definitiv nicht. Wir sind ja jetzt erst ein bisschen über zwei Jahre zusammen. Über das ein oder andere wurde schon mal philosophiert, aber noch nichts festgeplant. Gerade jetzt vor Tokio kommt sowas sowieso nicht in Frage. Kinder ist noch ganz, ganz weit weg. Aber ja, man hat mal drüber gesprochen, aber mehr auch nicht. Ich meine, im Endeffekt will ich natürlich auch lieber die Medaille haben, das ist klar. Aber ja, ich bin dann vielleicht bei solchen Antworten manchmal ein bisschen diplomatischer. Das denke ich auch. Also ich würde auch sagen, dass das mehr so ein Sarah-Florien-Ding ist und sie mir die diplomatische Antwort gewählt hat. Und ich die ehrliche Antwort. Ja.